So, ich verwirr das immer ein bisschen, wenn ich mich, wenn ich wieder erwache, dass ich dann nicht direkt im Traum des Jägers erwache. Das verstehe ich bis heute nicht, warum die das nicht so gemacht haben. Also, dass man zumindest aussuchen kann. Das nervt irgendwie voll. Sie sieht traurig aus. Was hast du? Oh, sie schläft. Sie ist überhaupt nicht traurig. So. Parts mal auf, ne? Äh, ah ja, 10.000. Ich könnte sogar zwei Level machen. Aber ich würde sagen, wir machen eins. Ich mach mal Vitalität. Und für den Rest holen wir mal kurz Blutfiol. Das ist voll die Verschwendung, oder? Was soll's? Ach. So. Okay. Verbotener Wald. Ähm. Ich überlege gerade, wie ich am schnellsten zum Boss komme. Wahrscheinlich durch die Abkürzung, da wo ich dieses Tor geöffnet hab. Oder? Ja. Mist, eigentlich. Das wird super. Der Boss ist eigentlich nicht so schwer, aber er besteht aus mehreren Leuten. Und, äh. Ja. Mal gucken, wie ich mich schlage. Wie immer brillant wahrscheinlich. Äh. Oh. Auch das übrigens nur eine Frage der Zeit, bis ich mal hier runter laufe. Ohne, dass ein Fahrstuhl da ist und dann einfach tot bin. Das wird jetzt irgendwann demnächst passieren. Ich seh's schon. Äh. Aber ich schicke ihn mal wieder hoch. Wie schlau, wie ich bin. So. Also. Wir müssen uns, glaube ich, einfach nur ganz rechts halten. Ne? War doch so, oder? Und dann kommt man... Ach. Es gibt hier sogar einen extra Weg. Bin ich denn vorhin auch gegangen? Ne. Da liegt sogar noch was. Das ist aber praktisch. Ah. Ach so. Ja, gut. Das mach ich jetzt aber nicht hier. Ah. 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 Hä? Okay. Bin ich hier noch richtig, oder? Ich glaube, hier. Hier ist das doch irgendwo. Oder nicht? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin doch schon wieder irgendwo anders. Äh. Ach, hier. Hier war ich schon. Ich erinnere mich. Ja. Äh. Super. Das ist nicht so gut eigentlich, oder? Ach. Scheiße. Wie, wie. Fuck. Das tut bestimmt weh jetzt. Äh. Ich komme da gar nicht runter. Oh. Oh. Na gut. Also. Da gibt's hier noch irgendwo eine geheime Abkürzung, die ich jetzt nehmen kann. Ach. Hier seid doch alle ätzend. So. Ja. Ja. Ich hab voll den Durchblick. Okay. Das müsste jetzt aber schon mal irgendwo hier sein, oder? Da? Ah. Ja. 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 Das war ich doch. Ich hab den Durchblick. Und wieso hab ich auf einmal 20 Blutviolen? Ach so. Ich hab sie mir gekauft gerade eben. Ja. Oh Gott. Ey. Mit mir geht's bergab. Oh. Okay. So. Jetzt aber Konzentration. Äh. Boss. Hm. Weiß nicht, ob die mir was bringen. Eher nicht. Egal. Hallo. Freunde. Ah. So. Welcher von euch ist denn nochmal der beschissenste? Au. Okay. Ja. Wood. Mhm. Ah, Mist. Hat er mich ausgetrickst. Oh, shit. Oh, shit. Uh-huh. Oh, shit. Ah, shit. Uh-huh, uh-huh. Ah, shit. Oh, ich hab ihn irgendwie gerade so spät gesehen. Ohne Anvisieren ist vielleicht sogar ein bisschen besser. Kämpfen weiß noch nicht so genau. Oh, ja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich mich bei diesem Boss beeilen muss. Der legt nämlich später noch eine Schippe drauf. Wenn man nicht schnell genug ist, bin ich der Meinung. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ah, fuck. Ja, ja. Ja, ja, genau. So einen Scheiß machen sie dann. Ich glaube, ich hätte mich tatsächlich beeilen müssen, oder? Ich, ich weiß nicht mehr so genau. Ah, au. Jo. Ach, ja. Ach, ja. Die haben noch ganz schön viel Leben, die Säcke. Ah, shit! Oh Mann, stimmt. Ihr konntet irgendwie so abgefahrenen Scheiß. Mist. Ja, ja, ihr seid Schlangen. Ihr seid echt cool und so. Habe ich verstanden. Kann mal, uah, kann mal einer von euch einzeln hierherkommen? Das wäre super cool. Nein? Oder? Oh, gemein. Oh, oh, oh. Ach, shit. Oh Mann, jetzt chillt doch mal. Oh, oh, habt ihr das gesehen? Das war ja übelst unfair, oder nicht? Durch den Stein, ey. Hat er einfach durchgezogen. Dass du dich nicht schämst, du Penner. Ich heile mich noch mal kurz. Hihihi. Ja, genau, genau. Heilen, aber schnell, du. Ich heile mich, glaub ich, noch mal. Ah! Ah! Oh Mann! Mann, Konzentration. Nicht sterben jetzt. Das wäre uncool. Oh, ey. Du kannst nicht einfach durch den Stein kommen. Das ist völlig unrealistisch. Arschloch! Na kommt! Los! Langweilig! Gut! Hilfe! Ah, Mann! Ich hab hier irgendwie nicht gut aufgepasst, leider. Alles gut, alles gut! Oh, Scheiße! Ihr blöder Scheiß geht los! Das ist richtig kacke. Ja, das ist kacke. Okay, ich glaub, meine Frage ist beantwortet. Ich muss mich beeilen. Ach, fuck! Ich dachte grad so easy, das kick ich noch hin. Ich konnte mich dunkel erinnern, dass irgendwas mit riesigen fetten Schlangen passiert. Ich glaub, es liegt wirklich daran, wenn man zu lange wartet. Das hat mich auch schon gewundert, weil sie waren doch relativ, naja, nicht so schwer. Sie waren nicht so richtig schwer gerade. Okay. Ich hoffe, wir brauchen nur noch einen Versuch. Eigentlich sah das doch ganz machbar aus. Ey, sowas hab ich schon so oft in diesem Spiel gesagt, oder? Ich hab das Gefühl, das sag ich bei jedem Gegner. Ach so, ich bin ja realistisch. Ich schick ihn trotzdem mal wieder hoch. So. Okay. Hm. 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 Falsch gemacht. Schade. Aber ich hatte das Gefühl, der Weg, den ich eben gelaufen bin, äh, der war irgendwie auch nicht so richtig optimal, oder? Ich bin den irgendwie falsch gelaufen. Naja. Was soll's. So geht's auch. Ach, jetzt bin ich ja wieder hier. Bin schon wieder genau den gleichen Weg falsch gelaufen. Das gibt's ja gar nicht. Mäh. So. Hm. Hm. Boah, das hätte mein erster First-Try-Boss werden können. Aber nein. Nein. Warum auch? Warum sollten wir ihr jemals so einen Triumph gönnen? Nö. Okay. Bin ich bereit? Ja, ich bin bereit. Das werde ich jetzt bestimmt nicht mehr so schön schaffen wie eben. Bestimmt nicht. Ich hatte nicht so wirklich Blutechos dabei, oder? Aua. Aua. Ah! Okay. Ja, ja, das war auch dumm. Das war dumm. Es war dumm. Es tut mir Es tut mir leid. Ich habe das verdient. Das war wohl ein bisschen zu übermütig, würde ich fast mal behaupten. So, komm, hau rein. Achso, wir können ja mal eben gucken, was das neue Gewand hier so macht, oder? Vielleicht ist das ja unfassbar gut gegen die Kameraden. Was ist das hiervon? Ne, äh, Grabwächterrobe. Robe von Doris, dem Grabwächter am verbotenen Wald. Zahllose blutige Ritualwerkzeuge hängen auf dem Rücken. Willem hatte in Byrgenwurst zwei treue Diener. Als sie ins Labyrinth geschickt wurden, stießen sie auf die unheimliche Wahrheit und wurden verrückt. Einer wurde der Passwort-Torwächter, während Doris zum Grabwächter des Waldes wurde. Beide blieben ihm auch im Wahnsinn treu. Oh, okay. Den Passwort-Torwächter haben wir ja schon kennengelernt. Okay, und das ist der zweite Diener von Willem, den wir, glaube ich, noch kennenlernen, falls ich ihn jetzt nicht verwechsle. Was kann das Ding? Gegen Blitz hohe Resistenz, okay. Gut zu wissen. Vielleicht gut, äh, wenn wir den einen Typen noch killen wollen, bei dem ich auch schon tausendmal gestorben bin. Wisst ihr noch? Ähm, bei einem Kathedralenbezirk. Dieser nervige kleine Mann. Gut, wir lassen es aber erstmal so. Ich will jetzt erstmal mich hier um diesen Bus kümmern. Die, 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 die. Aber diesen Diener hat man hier nirgends getroffen, oder? Der war schon vorher tot. Oder einfach gar nicht da. Oder so. Yay. So. Okay. Hallo. Schnell weg. Schnell weg. So, äh, ich glaube, ich gehe schon wieder falsch, oder? Ah! Diesmal gehe ich hier lang, oder nicht? Doch, ich glaube schon. Genau. Genau. Ich, äh, nee, das sieht irgendwie auch nicht richtig aus. Aber ist, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ja, ja. Ich ignoriere das. Ich bin jetzt wieder völlig woanders. Oder? Oder? Oder ist das hier? Ah, es ist hier. Es war nicht das, was ich wollte. Aber irgendwie hat es trotzdem geklappt. Naja. Okay. Hm, 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 hm. Das ist doch der einfachste Weg, oder? Oder mache ich das falsch? Ich glaube nicht. Sonst wäre die Abkürzung sinnlos. So. Okay. Auf geht's, Freunde. Ah. Ah. Ich gehe jetzt erst gehen hier. Ich versuch's zumindest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heil dich mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, heil dich mal. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was? 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 Meine Güte. Schreibe ich lieber mal zweimal? Aua, ja doch, ist ja gut. Eigentlich macht es echt am meisten Sinn, auf die beiden einzuschlagen, wenn die so nah aneinander stehen, ne? Oh Gott, ja! Ist ja gut. Jetzt beruhigen wir uns aber mal, oder? Mhm. Mhm. Der lebt ja noch! Der Arsch! Au! Tja. Au! Okay. Er macht es ja trotzdem! Was für ein Penner! Oh, aber die sind ja schon wieder weg. Ja gut. Er macht es schon wieder, alles klar. Oh Gott, vor dir. Na, hab ich echt Angst! Alter! Jetzt ist es krank, ey! So. Tada! Ja, der war wirklich, äh... Nicht so schwer. So. Cool. Meist. U-F-Took.